Herzlich willkommen im zweiten Teil. In diesem Video werden wir diesen wunderschönen Sekretär fertig machen. Und damit wir das heute hinbekommen, werden wir jetzt als erstes wieder mit der Passivholzbearbeitung anfangen. Denn die ganzen Bretter, die ihr hier seht, die müssen natürlich erst hergestellt werden. Und damit fangen wir jetzt für den oberen Teil dieses Sekretärs jetzt an. Ich brauche doch mehr Holz als gedacht, deswegen werden wir jetzt die bohlen, wo noch Beton drauf ist, ein bisschen bearbeiten, dass wir die doch benutzen können. Ich habe da nämlich was ausprobiert, das geht eigentlich ganz gut. Ihr seht hier diese großen Betonreste, die müssen natürlich runter und mit so einem Kraftschaber funktioniert das erstaunlich gut. Ohne ein bisschen Massivfallzuschnitt geht es aber auch natürlich hier nicht. Ich habe das hier nicht mehr, ich habe das hier nicht mehr. Sollte So Leute, was ist bei Massivholz immer wichtig? Bretter verleimen. Bevor man irgendwas zuschneiden kann, was dann später ein fertiges Brett ist, muss man erstmal die Bretter herstellen. Das ist immer relativ zeitaufwendig, aber ich habe jetzt hier mal eine neue Methode angewandt, damit es auch ein bisschen schneller funktioniert. Also zu meinem generellen Aufbau. Ich habe hier ein paar Siebdruckplatten, dass ich mir die Werkbank jetzt nicht komplett dreckig mache, nicht warten muss, bis ich den Leim wieder abkratzen kann. Und ich habe hier meine Bretter schon mal fertig hingelegt, habe auf die Verleimregel gedacht, damit ich sie gleich direkt einlegen kann. So, und jetzt noch zum Thema Holzleim auftragen. Also ich kann mir jetzt als erstes die Bretter nehmen, lege die hier rein. So, das passt soweit. Anschließend glaube ich so hoch, dass ich den Holzleim auftragen kann. Und wie trage ich den Holzleim jetzt auf? Da muss ja relativ viel Leim drauf und es macht ja auch nicht so viel Sinn, immer dann hier eine Flasche zu nehmen, mit der Flasche dem Leim draufzupacken. Dann ist die nach vier Brettern leer, dann muss man die wieder auffüllen. Das ist immer eine Riesensauerei. Deswegen habe ich jetzt bei den Brettern mal was Neues ausprobiert. Ich habe einfach meinen Leimer, meinen Leimer, meinen Eimer mit Holzleim hier draufgestellt und greife mir einfach eine große Ladung mit dem Pinsel raus. Trag hier was auf. Trag hier was auf. Und dadurch, dass der Eimer auch in der Mitte draufsteht, wackeln die jetzt nicht so großartig. Und danach mache ich diese kreisenden Bewegungen. Das geht viel schneller als das hier. Und da seht ihr, hier ist direkt viel mehr Holzleim aufgetragen. Bei den kreisenden Bewegungen wird es direkt viel besser verteilt. Zack. Das war jetzt eine Sache von, ja, ein paar Sekunden, geht relativ fix. Hier auch nochmal das Gleiche. So, dann brauchen wir noch in der Mitte ein bisschen Leim. Immer schauen, dass die Bretter auf einer Seite bündig sind. Da werden sie auch am Schluss nicht so kurz. Jetzt spanne ich sie auf der ersten Seite leicht fest. Und wenn ich dann nämlich die Rohrschraubzwinge hinten bewege, dann verschieben sich mir nicht nochmal alle Bretter. Jetzt noch oben in die Mitte eine Zwinge, damit die Bretter sich nicht nach oben oder nach unten verschieben. Und die kann man jetzt direkt anknallen. Es ist 12 Uhr 15. In einer guten halben Stunde können wir das jetzt wieder aus den Zwingen rausnehmen. So, was jetzt kommt, nennt man fliegenden Wechsel. Ich muss mir echt was überlegen mit den Rohrschraubzwingen da. Ich habe mir überlegt, so ein geiles Gestell zu bauen, dass man so eine richtige Leimpresse hat. Aber nicht senkrecht, da kriegt man nicht genug Material rein, sondern so schräg mit mehreren Ebenen. Wenn jemand von euch sowas gebaut hat, schickt mir gerne mal eine Mail. Würde mich interessieren, wie ihr es umgesetzt habt. Ich habe ja immer hier die schwarzen Dinge am Ohr, die Kopfhörer. Ja, es ist gerade höre ich Avril Lavigne. Das ist eigentlich ganz geil beim Arbeiten. Die können gleich gehobelt werden, davor muss ich aber noch das andere Brett in die Zwingen reinlegen. Uhrzeit draufschreiben, 15.20 Uhr, jetzt kann es trocknen. Uhrzeit draufschreiben, 15.20 Uhr, jetzt kann es trocknen. Oleg, so weit weg steht die Kamera. Hallo. Hier ein glitzekleiner Tipp, wenn ihr was baut. Wenn ihr irgendwelche Verbindungen einsetzt, die ihr irgendwie bohrt, das heißt die Positionen müssen ziemlich fix sein. Dann würde ich euch immer empfehlen, das Ganze zu machen, bevor ihr das entschleift. Das bedeutet, schleift nicht erst die Kanten und macht dann die ganzen Bohrungen. Weil wenn ihr die Kanten schleift, dann ist es wahrscheinlich, dass ihr die irgendwie ein bisschen schief schleift oder oder oder. Und wenn ihr halt irgendwie ein System nutzt, was irgendwie eine Art von Anschlag hat, zum Beispiel bei mir die Systembohrmaschine, dann kann es unter Umständen passieren, dass ihr halt eben hier bei der Stirnseite, das ist Fichtnerl, es sind ein paar Auslisse drin, da schleift ihr gut was weg und vielleicht schleift ihr da einen Millimeter oder sogar zwei weg. Das bedeutet, wenn ihr Positionen habt, die relevant sind für irgendwelche Verbindungen, dann bohrt die als erstes. Wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwas mit der Flachtübelmaschine, Flachtübelfräse verbinden wollt, dann würde ich euch empfehlen, setzt die Punkte jetzt. Später schleift ihr dann alles, weil wenn ihr es erst schleift und dann die ganzen Positionen setzt, dann kann es halt eben passieren, dass es dann nicht mehr aufgeht. Also ich habe mir hier mit ein bisschen Kreppband die Position markiert. Generell, ich mache es immer so, Unterseite ist da, wo unten das Klebeband quer ist, Hinterseite ist da, wo das Klebeband auf der Rückseite ist, also hier. Bei der Systembohrmaschine bedeutet das also für mich, da wo das Klebeband unten ist, da ist mein Anschlagpunkt, das heißt von dieser Referenzkante werden wir jetzt an unsere Rasterung gehen, um diese ganzen Punkte halt eben zu bohren. Ich habe es da jetzt eingestellt, ich kann euch zeigen, wie es funktioniert, ist ganz schön cool. Das ist die gute Systembohrmaschine, wir haben jetzt hier drei Fächer, wo die Regale rein sollen, das bedeutet, wir haben an drei Stellen jeweils vier Bohrungen, damit wir da ein bisschen Variabel haben. Ich habe mal die Punkte vorher bei dem anderen Brett markiert, habe beide Anschläge gleich eingestellt und werde die einfach mit der Unterseite jeweils links und dann da rechts einfach bohren bzw. fräsen und so sieht das dann aus. So, einmal ein 16er, dann passt das. 1, 2, 3, irgendwas passt doch nicht. Fuck off. Hm, naja, jetzt ist es eh zu spät. Jetzt das Brett zusammen, das geht doch irgendwie nicht auf. Ich messe jetzt mal nach, also ich habe hier, hier ein Fach, hier ein Fach und hier ein Fach. Das kann sein, dass die Markierungen, die ich mir gemacht habe, dass die nicht genau aufgehen, das bedeutet, deswegen ist vielleicht hier der Abstand ein bisschen unterschiedlich. Das ist mir aber eigentlich wurscht. 18, 18, 18. Ja, dann ist es halt so. Das ist jetzt aber auch nicht wirklich dramatisch. Hm, machen wir weiter. Das wunderschöne Stück einmal drehen. 16, 22, und 27. 27. Wir kommen zum nächsten Tipp. Also, als nächstes will ich natürlich schauen, dass ich das Ganze hier irgendwie mit Flachdübeln verbinden kann. Wie findet man die richtige Position? Ich empfehle euch, dass ihr euch eine Kante nehmt, zum Beispiel da oben die Kante. In welcher Höhe soll die sein? Das Ganze markiert ihr euch und dann klappt ihr euer Brett so rum. Und ich würde es auch immer so rumklappen, dass ihr komplett auf dem Material auflegt, weil ihr könnt es auch theoretisch in die andere Richtung klappen, das heißt so rum. Das ist aber doof, weil dann werdet ihr sehr schnell durcheinander kommen, so ging es mir früher auch. Das machen wir aber gleich. Als erstes schauen wir jetzt mal, welche Seite nach innen, oben, außen, was auch immer kommt. Weil das natürlich alles Bauholz ist, sollte man da auch so ein bisschen drauf achten. Das heißt, die Seite will ich sehen. Das bedeutet, das hier ist innen und die Unterseite. Das heißt, unten, wo der Schrank ist, die niedrigere Position. Also, aus dem Grund markieren wir uns das jetzt innen, unten. Das heißt, dieses Teil hier wird jetzt schon mal irgendwie so hier hinkommen. Stück Nummer eins. Das bedeutet, wenn wir das Ganze gleich mit der Flachdübelfräse bearbeiten werden, werden wir dieses Teil so rumklappen. Bedeutet, wenn wir es gleich auf der Seite packen, nehmen wir es, drehen es so rum und werden es auch so rumklappen. Dann habt ihr das untere Stück passend gefräst. So geht es, finde ich, einfach am einfachsten. Das bedeutet, das hier legen wir uns jetzt mal auf die Seite. Jetzt müssen wir uns dieses Stück hier noch anschauen. Jetzt müssen wir natürlich denken, das Ding ist 2,20 Meter hoch. Wir sehen, wenn wir aufmachen, eher das Brett von innen. Das bedeutet, die schöne Seite soll in dem Fall nach innen. Ich habe in dem Fall auch einen Fehler. Das heißt, der soll nach außen. Das sieht man eh nicht. Außer irgendwie einer von NBA kommt vorbei, der Basketball spielt. Bedeutet, innen ist das Band und das ist oben. Das bedeutet, das Band kommt immer in die Innenseite des Korpuses. Das bedeutet, wir müssen es jetzt so rumnehmen und werden es gleich auch so rumklappen. Das Band soll nach innen und wir müssen dann aber von oben das Ganze ausmessen. Hier kann man es nochmal ganz gut erkennen. Also, wo markiert man, wo man das Brett hier anlegen soll? Das ist eigentlich saueinfach. Markiert euch einfach da, wo euer Brett hinkommen soll. Ich will von oben 3 Zentimeter haben, Abstand, dass das nach oben hier rausragt. Und das hier ist die Stärke vom Brett. Das bedeutet, im fertigen Zustand soll das im Prinzip genau hier montiert werden. Das bedeutet für euch, messt den Abstand, messt die Dicke, markiert das an eurem Brett, klappt das Ganze rum, legt es hier bei, das war's. Das ist das Schöne an der Flachdübelfräse. Es geht nämlich eigentlich ziemlich simpel. Praktisch ist in dem Fall ein Streichmaß. Wir markieren unsere Stelle. Ich mache es gerade an beiden Brettern. Weil ich will für mich auch so ein bisschen üben, dass ich einfach schneller sowas mache. Denn es kann ja nicht sein, dass man für so ein paar läppigen Verbindungen lange braucht. Das heißt, schnell, viel, gleich markieren. Anlegen, fräsen. So, dann messe ich ganz gerne hier noch einmal mit Dicke nach. Wir sind genau auf Strich 6. Den Anschlag hier, den werden wir auch gar nicht benutzen. Den brauchen wir nämlich nicht. Ohne lässt sich es tatsächlich, finde ich, auch ein bisschen einfacher arbeiten. Ich habe mir hier noch die Mitte markiert. Wir wollen hier drei Flachdübelfräsungen. An den Kanten nutze ich einfach die Kante des Gehäuses. Und das Ganze werden wir jetzt schnell fräsen. Weil ich meiner Arbeit auch so ein bisschen selbst vertrauen möchte, werde ich das Ganze nicht großartig ausprobieren, ob es passt. Weil ich denke, wenn die Schreiner dabei sind, die das sich jetzt gerade anschauen, schreibt mal mal bitte rein, ob ihr manche Dinge auch immer probesteckt, ob es zusammenpasst. Aber ich denke, dass viele einfach so ein bisschen ihrer Arbeit auch vertrauen. So, hier haben wir 6. Hier haben wir Strich 6. Deswegen werde ich jetzt einfach mal alles fräsen und dann lasse ich es mal drauf ankommen. So, hier haben wir jetzt schon mal alles fräsen. Ah, leck. Boom, tschakalaka. An einem wunderschönen Samstag geht es jetzt weiter. Ich habe die Bretter ausgespannt. Die können wir jetzt mal auf dicke hobeln. Ich will an der Stelle mal kurz zeigen, wie lange die eigentlich braucht, weil das ist meistens rausgeschnitten, bis die angeht. Ich mache die Absauganlage nicht an, damit er mal nochmal so ein bisschen die ganze Brummerei mitbekommt. Ich mache sie mal an. Übrigens, ich stelle mich niemals, niemals so vor die Hobbymaschine. Ich stehe schon immer seit, wenn ich da unten reinschaue, dann von der Seite, weil da ist mir schon vor ein paar Tagen, das kann immer wieder mal passieren, ein Stück entgegengekommen. Das ist mir gegen den Finger geflogen. Wenn das ins Auge gegangen wäre, dann wäre das Auge kaputt gewesen. Also immer Obacht. Wir schalten die Maschine mal ein. Ich kann mir mal die Höhe einstecken, aber das dauert saulang, bis die angeht. Oh, jetzt ist die Sicherung gefallen. Lass mich auch vor, für den Effekt. Mein Elektriker hat mal gemessen, wie viel Strom die am Anfang zieht. Die zieht pro Phase, glaube ich, aller keine Ahnung, was der gesagt hat. Ich glaube, 20 Ampere pro Phase im Anlaufstrom. Wenn sie an ist, ist sie viel weiter unten, also hat sie viel weniger Ampere. Kann aber sein, dass ich mich jetzt total verhaue, aber die zieht unterm Strich beim Anlaufen extrem viel. tempsstent mutations wird immer wieder bis zum Einführung des Ministers nicht zu personen, die machen maison Finch aufwoman und eben nicht n county viel. Tschüss. 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 Gесть. Tschüss. Tschüss. T educating euch ist思這樣的. Wir haben Einlögeböden und somit ist dieses obere Teil wirklich komplett aus Massivholz. Gefällt mir ziemlich gut. Was werde ich jetzt hier machen? Als erstes werde ich hier jetzt gar nichts mehr machen, denn ich werde jetzt als erstes bei dem oberen Gehäuseteil, bei dem oberen Korpus, hinten noch solche Rechtecke einleiben, damit das verbindungsstabiler ist. Hier diese Böden, die werden sich ein bisschen verwinden. Die lasse ich deswegen über Nacht frei liegen, das heißt nicht übeneinander, sondern so, dass das Holz arbeiten kann, wie es halt eben will. Dann kann ich am nächsten Tag halt eben eine Leiste unterschrauben, damit die gerade bleiben. Das, was ihr am Langbeinschleifer gesehen habt, ist sowieso nur der Grobschliff. So kann man das Ganze erstmal in Reihe bringen und morgen, beziehungsweise am Montag, kann ich da noch die Kanten schleifen, kann die Sichtflächen und die anderen Flächen auch schleifen und dann sind die Zwischenböden erst fertig. Das ist so ein Erfahrungswert. Die werden sich sowieso ein bisschen verziehen, deswegen gebe ich denen einfach einen Takt Zeit, damit sie das auch in Ruhe tun können und ich da entsprechend dann handeln kann. Das hier sind die Kunststoffkisten, die passen hier überall jetzt entsprechend rein und dann kann man seinen ganzen Scheiß in dieses Regal reinfeuern und hat es aufgeräumt in dieser Kunststoffkiste. Das hier sind die Kunststoffkisten, die aufgeräumt in dieser Kunststoffkisten, die aufgeräumt in dieser Kunststoffkisten, diese Teile fertig gemacht und die werde ich dieses Mal hier nur festleimen. Bei dem großen Korpus habe ich die ein bisschen größer gemacht, dann bin ich hier auch noch mit der Flachtübelfräse hingekommen. Das ist jetzt zu schmal, das Ganze müsste ungefähr so hoch sein, das ist mir aber dann zu hoch, deswegen werde ich es hier festleimen und durch diese Verbindung hier erhoffe ich mir eine sehr, sehr stabile Verbindung auch hier, weil wenn das hier festgeleimt ist, dann kann sich das hier neben mir bewegen, dann wird das ganze Teil nämlich auseinander fliegen. Und es geht weiter. Als nächstes können hier jetzt die Pins reinkommen, damit wir das Zwischenbrett einlegen können und prüfen können, ob da auch alles passt. Ihr seht, der Sekretär ist jetzt geölt und zusammengebaut. Ich bin ziemlich happy, wie das Ganze geworden ist. Das ist so bis jetzt das größte Möbelprojekt, was ich hier in der Werkstatt gebaut habe. Ich hoffe, dass das nicht das letzte ist und ganz genau, jetzt kann ich es halt eben gleich in mein Auto packen und kann es dann zu Hause im Büro aufbauen. Und das wird ganz, ganz viel Platz und ganz viel Ordnung in meinem Büro schaffen. Dich interessieren diese ganzen alten Maschinen und wie man die halt eben benutzt, dann solltest du unbedingt diesen Kanal hier abonnieren, denn dann werde ich auch in Zukunft sowas wieder erwarten, wenn ich vielleicht Möbel baue, wenn ich eine alte Maschine frisch mache, denn da hinten steht ja noch eine Tischfräse, denn die will ich auch so ein bisschen frisch machen, damit ich dieses Massivholz besser schleifen kann. Aber was es damit auf sich hat, wirst du dann in einem der nächsten Videos sehen. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Bis zum nächsten Video wünsche ich dir einen ganz tollen Tag. Ciao.